Kenji, was macht ihr denn hier? Fürst Sakai! Meine Gebete wurden erhört. Das wird sich noch zeigen. Was ist los, Kenji? Ich schulde einem Banditen Geld. Gon, dem Schlechter. Dann bezahlt ihn doch. Werde ich. Doch ich soll mitten ins Nirgendwo kommen. Bestimmt schlitzt er mir die Kehle auf. Was genau habt ihr ihm denn getan? Er hat eine Ladung Sake und Medizin bezahlt. Und ich habe etwas davon abgezweigt für die Flüchtlinge aus Izuhara. Dachte, er merkt's nicht. Man kann den Menschen auch anders helfen, Kenji. Mein Herr, ich bin ein Idiot. Und ich soll euch da wieder rausholen. Könntet ihr nicht heimlich zusehen, falls Gon irgendetwas versucht? Wenn ihr ihn verjagt, setzt er nur ein Kopfgeld auf mich aus. Eure Absichten waren diesmal edler als sonst. Ich helfe euch. Hab Dank, mein Herr. Ah. Hm? Wo ist das Geld für euren Banditenfreund? Keine Angst, ich habe es. Gon wartet bei einer Brücke auf uns. Es ist nicht weit entfernt. Geht voran. In solchen Situationen fürchte ich mich jedes Mal aufs Neue zu Tode. Ihr wollt eure Nerven schon? Dann bestehlt keine Mörder mehr. Beim ersten Mal war Gon nicht einmal wütend auf mich. Wie oft habt ihr ihn schon hintergangen? Dreimal. Bleibt lieber im Sarke-Geschäft. Sogar das kann gefährlich sein. Meine erste Fuhre borgte ich mir aus einem Kloster. Ihr habt Mönche bestohlen. Ich dachte mir, die sind gütig, wenn sie mich erwischen. Interessante Strategie. Könnte man meinen. Es waren aber Kriegsmönche. Bodas, Schwerter und Speere. Ich glaube, die jagen mich immer noch. Ihr seid viel beschäftigt. Ich weiß, mein Herr. Der Ärger verfolgt mich einfach. Ihr verfolgt den Ärger, Kenji. Fragt euch doch mal, warum. Wir treffen uns auf dieser Brücke. Halten wir mal an. Geht zur Brücke. Ich postiere mich irgendwo mit dem Blick auf Gon. In Ordnung. Wenn etwas schiefläuft, gebe ich ein Signal. Dann rufe ich. Wie schön, euch zu sehen. Wie ihr wollt. Banditen. Eine Falle. Ich muss Kenji schützen. Am besten lautlos. Sie sehen mich, wenn ich da lang gehe. Gorn. Wir hätten uns doch in der Bucht treffen können. So sind wir. Das ist nicht nötig. Wir vertrauen einem. Natürlich. Tut mir leid wegen der fehlenden Sachen. Ich weiß nicht, wie das passiert. Macht euch doch deshalb keine Sorgen. Was immer ihr braucht, besorgt. Warum hoort Gon so viele Söldner nur für Kenji an? Wer aus Asamo begegnet, der für die Mongolen. Anscheinend setzt ihnen der Geist schwer zu. Und ein Schwieg, der sie vermisst. Glaubst du denn jede Geistergeschichte? Zuerst nicht. Aber eins fiel mir auf. Direkt vor dem Angriff des Geists war ein Händler in der Stadt. Der Sake für Gorko. So verdient man nicht sein Geld. Aber eine gute Ablenkung ist, wenn man der Geist ist. Von hier hinein und hinaus will. Tötet den Trottel und den Geist. Hilfe! Hilfe! Ich sterbe! Ich sterbe! Er wird mich töten! Er wird mich töten! Was sei das! Er wird mich töten! Ach, das ist doch wohl. Er wird mich töten! Er wird mich töten! Lass sie nicht entkommen! Ich schulde euch mein Leben, Fürst Sakai. Ihr schuldet mir weit mehr. Was immer ihr wollt. Sake, Sattelpolitur. Vielleicht... Kenzie, warum riskiert ihr euer Leben für Kleinigkeiten? Keine Kleinigkeiten. Ich brauche Essen, Geld, ein warmes Feuer. Ihr habt geholfen, Taka zu retten. Ihr habt Bedürftigen Medizin gebracht. Das war heroisch, oder nicht? Ihr habt ein Talent, Kenzie. Also nutzt es doch. Zum Wohl unserer Insel. Natürlich. Ihre ist mein Fachgebiet. Das war für heute. Ich konnte nicht aus Aus 온 screenshot. Ihr habt laurent. Und da nicht mehr. Boan, bis heute geht ? Untertitelung des ZDF, 2020